Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit! Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Ach komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Wieso? Was guckst du mich jetzt so an? Ach übrigens, wir brauchen noch Salate. Neun Stück zu Tisch 4 und der Weiß hat wieder sein Gewiss auf dem Pokerlohn. Übernimmst du? Okidoki. Und was, ich meine, was sagt euer Chef dazu, dass ihr während der Arbeitszeit Alkohol konsumiert? Das war eben der Chef. Rück dich in dieser sinnlosen Ehre... Was? Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich. Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre! Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Lebensaffäre? Eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldstimme? Und meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Wo hast du die Objehre mit irgendeiner Scheißspinze? Wer hat mit 10.000 Beine gezogen? Weißt du nicht, dass man andere Tagebucher nicht liest? Das ist privat! Wir sind meine Kumpels!